So, Hallöchen zurück hier bei Magica. Hast du gerade was gesagt? Nein. Wir sind hier. Da vorne ist gerade ein Yeti hergelaufen. Und Roger versucht mich umzubringen, wie man es schon kennt. So, also ich glaube, ich wollte mit WASD laufen, aber das macht keinen Sinn. Oh, der ist... Da ist ein Yeti. Ein Yeti. Kann man die einfrieren? Natürlich kann man die einfrieren, das sind Yetis. Klar. Aber ich habe daneben geschossen. Aber wenn man die mit... Guck mal, mit Eis heil ich die. Man kann Jedis mit Eis heilen. Ja, weil es da Eisdinger sind. Wie makaber. Ich glaube, hier waren es sogar schon. Ja. Ja, ich glaube, um diese Ecke hier sind wir schon rumgezogen. Ah, hier von uns ein Yeti. Äh, das ist falsch, das ist falsch. Super gemacht. Was? Eine Auge... ...lutschi. Nee, das ist, äh... Ja, aus den Augenführern. Geist ein Tutorial. Ähm. Ich friere die alle ein. Nein, ich bin tot. Der Yeti hat mich aufgefordert. Der Yeti hat was von mir geknuspert. Und, äh, das war meine Schokoladenhälfte. Was machst du denn? Ja. Äh. So, erst mal hier die Tasten wiederfinden. Äh. Äh. Lebt mich wieder. Äh. Was machst du da? Ich versuch zu überleben. Ich bin, ich bin... Oh. Ich werd geknuspert. Ich werd geknuspert. Ich werd schon wieder geknuspert. Äh. Äh. Du bist auch tot, ne? Ja, ich bin auch tot. Wunderbar. Tja, ja, ja. Das fängt ja gut an, Roger. Das ist deine Schrift. Wir brauchen, wir brauchen ne Taktik. Ein, du frierst sie ein und ich mach sie wie immer. Alles klar. Du machst sie wie immer anders. Jetzt bin ich ein. Der hält mich fest. Der hält mich fest. Au. Oh. Ja, da können ich nichts für. Da können ich nichts für. Nee, nee, ja. Ich mach dir da auch keine Vorwürfe. Lauf mal nach da vorne. Lass uns hier warten, bis der Yeti rauskommt. Ich glaub, dann locken wir den Augentürern da hinten auch gar nicht ein. Da kommen zwei Yetis. Du hast mich umgebracht. Ich bin tot. Äh, ich bin so tot. B, nein. Nein. Ja, es ging nicht. Ich hab, ich hab aus Versehen Eis und Wasser kombiniert und konnte da nicht einfliegen. Ja, das hab ich gespürt. Das, das hab ich gespürt. Ja. Dass du Eis gemacht hast, ja. Fred, so wird das nicht. Du musst da, du musst da taktischer vorangehen. Das, das muss, äh, nicht, nicht, nicht so lapidar, ja. Das, äh. Lapidar? Ja. Ja, ja, das ist alles nicht so. Ach, der, das Eis hat so ne kurze Reichweite nur. Das war schön gut getimt. Ja, ja, wollte mich grad essen. So, warte, ich mach mir ein Schild. Dann können die Yetis mich nicht auf einmal kaputt knuspern. Warte. Was? Geht doch. Ist doch perfekt. Geht doch, Fred, geht doch. Das geht doch. Man muss nur gut vorbereitet sein. Jetzt kommt der Augentyrann. Glipschi, Glipschi vom Anfang. Nein, das ist der Augentyrann. Jetzt ist Glipschi vom Anfang. Ich, äh, guck mal, ob ich hier was machen kann. Ach, das ist so eine OP-Taktik, ne? Aber sowas von. So, also weiter, wen suchen wir? Fafnir, ne? Äh, genau, Fafnir, Fafnir ist irgendwas, wer ist Fafnir eigentlich nochmal? Weiß nicht, irgendwas gibt der uns oder irgendwas. Ist ja auch nicht so wichtig. Komm. Irgendwas, ich hab, ich, 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 ich hab, ich hab vergessen, warum wir ihn suchen sollten. Ist ja auch nicht so wichtig, ja. Oh, was ist das? Zwergenmagier. Ja, das ist heiliger Boden, ihr werdet vorher eindringen, büßen. Aha. Heiliger Boden. Ich glaub nicht, dass der Zwergenmagier gesagt hat, Fred. Nein, äh, der hieß so. Guck mal, der hat. Er ist tot. Die, die, die hier passieren sich. Wieso ist der gestorben? Ich hab den kaputt gemacht. Wie hast du das gemacht? Mit einem? Ja, ich hab einmal kurz drauf, äh, drauf gesteint. Oh. Das war ich. Ah, man kann mich sehr leicht verwechseln. Oh, hier bin ich nur dich getroffen. Er sah aus wie die. Guck dich doch an. Geh mal weg hier. Oh. Wunderbar. Das war mit einem Abpraller. So. Werden mal. Da kommen, da kommen noch mehr. Kommt die her? Wollte ich nicht. Was ist da mal hinten? Alles klar. Und Basi. Und Basi. Bist du dich bestimmt gefragt, wie ich das so schnell machen konnte. Äh. Ah, ich bin tot. Die hat sich halt da hoch teleportiert. Bisschen mehr Begeisterung, bitte. Warte, 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 warte. Ich, ich war dich. Grotter, du bist meine häufigste Todesursache. Überhaupt nicht. Natürlich nicht immer. Ich dich. Also in dieser Aufnahme ist das bisher noch nicht so gewesen. Ja, ja. Ich, ich gehe mal in Sicherheit. Ah. Piu, puu. Au, au, au. Warte, warte. Du meinst das so kompliziert? Ah, ich bin die Taktik gewohnt. Warte. Mach am besten einen Eisstreifen. Oder so was. Ja, ich verschaffe uns Zeit. Problem ist, das war nicht so viel Zeit. Mal erst machen wir einen Wasserstrahl. Ich mache einen Wasserstrahl. Moment. Er ist nass. Mach einen Eisstrahl. Er kann mir nichts. Er kann mir nichts. Die aber sehr wohl. Verdammt. Mach doch einfach einen Eisstrahl drauf, Fred. Ist, ist, ist das so schwer? Der ist schon nass. Die sind schon nass. Alles klar, ja. Töte es. Warte. Weg. Wir haben einen Klotz. So, was haben wir, wir haben hier wieder Feuer. Geh weg. Na, ich brenne. Ja, das habe ich doch schon gewusst, dass sie auf dem Boden Flammen Symbole befinden. Ja, ja. Dann mach mal deinen Dank. Ich würde hier gerne, bitte gerne durch. Ach so, das war schon offen. Das war schon offen, habe ich doch schon gewusst. Hier liegt eine Marquie. Oh, eine Marquie. Allein der Elementarwesenbeschwörung. Elementarwesenbeschwörung. Die mache ich da. Alles klar. Wer zuerst fertig ist. Muss ich erst mal finden. Oh mein Gott. Das ist aber kompliziert. Das ist so, ne, schon, schon versaut. So, so, so. Was ist das? So, so und so. Das Dampf? Ja, das ist Dampf und ich habe aus Versehen. Was ist denn das da? Machen die auch was? Ich glaube, die kommen, die werden aktiv, wenn Gegner in der Nähe sind. Das sind die, die wir auch beim Tod getroffen haben. Was ist denn jetzt hier? Ähm, keine Ahnung. Vielleicht müssen wir hier links irgendwie weiter? Nee. Ähm. Ähm. Das verstehe ich nicht. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Das verstehe ich nicht. Oder war das nur so ein, so ein Extra oder was? Das könnte sein, ne? Hm. Da will jemand nicht mehr leben. Nö, das ist nicht so. Au, au. Wow, warum hat das jetzt so viel weh getan? Keine Ahnung. Vielleicht dir? Ja, hier waren wir auch noch nicht, ne? Na, guck, ich guck's weiter. Na, da ist da, das sieht besser aus. Warte, warte. Na. Nö. Nein, der knuspert an mir. Geh mal wieder einfach zurück. Kannst du einfach zurückgehen, dann. Was ist, Elementarwesen hat überhaupt nichts gemacht? Kannst nicht zurückgehen? Du lebst, du lebst! Ja, hab ich zu spät gemerkt. Ich bin tot. Ich glaub, hier war ein Kontrollpunkt, oder? War ich ein Kontrollpunkt? Hoffen was. Hoffen was, ja. Kannst du gerne wieder vorne anfangen? Nee, Knarf. Obwohl, doch hier. Ach, ja, nein. Ja, ja, ja. Ja, Lela Foreta, du mich auch. Ähm, so. Wann hast du schön, schön besiegt? Ich weiß es. Ah, ich brenne. Ich hab mich selbst angezündet. Spontane Selbstentzündung. So, ich mach mal wieder hier. Blöd, Mann. Ich einfach, äh. Ja, ja, guck mal her. Und her. Lass sie kommen, lass sie kommen, lass sie kommen. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Hab ich gesagt, geh weg. Was passt du da? Ich töte sie. Ah, die sind im Ungeblitz gegen Blitze. Überleb mich bitte. Ja, hab ich gemacht. Ah, die folgen mir. Oh, ich bin irgendwie hier durchgegangen. Ja. Nein, nein, ich wollte zurück. Aber jetzt haben wir die Machie nicht. Ja, gut. Ich mach ein Schild hier hin. Jetzt haben wir die Machie nicht. Jetzt haben wir die Machie nicht. Wir haben keine Metarwesen. Die war doch eh nutzlos, oder? Aber. Schnell. Schön. Hat der Yeti den kaputt gemacht? Nee, ich. Vielleicht waren das keine Freunde. Oh, ich bin fast tot. Aber jetzt haben wir die Machie nicht. Das ist doch doof. Ach, ja. Aber was willst du machen? Ja, müssen wir durch. Nanu? Wer ist das? Wo ist der denn? Ist der ein Pfaffen hier, oder? Kommt jetzt der Super-Duber-Boss. Ach, Glückwunschi. Hm. Da ist die gesamte Zwergenarmee. Normalsterbliche würden sich wohl verstecken. Die gesamte Zwergenarmee? Ja. Ähm, mach dir mal ein Schild. Ich mach sie nass. Ich bin irgendwie eingefroren. Ja, ich hab mich da irgendwie reingedeportiert. Ähm, ich belebe dich wieder. Ich friere sie ein. Protect! Ich bin tot. Ich bin so tot. Ich bin, äh, immer noch tot. Du bist nass. Ach so. Ja. War nass. 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 Ach so. Ja. Äh. Man. Mach dir doch so ein, so ein Erdschild. Das hält ziemlich viel Schaden weg. Zack. Nee, das war kein Erdschild. Dein Erdschild sieht besser aus. Ich hab ja auch viermal Erde genommen. Oder dreimal Erde. Da kommen sie. Geh weg. Geh aus dem Weg. Boah, dieser... Das war ich. Rette mich. Da, sag. Die Dinger verfolgen mich. Mach mal Zeitzerrung an, bitte. Sehr schön. Ich höre mal irgendwie so ein paar Untote oder sowas. Ja, das ist nur gar nicht eine schlechte Idee. Ich lenk sie ab. Ich seh mich nicht. Kannst du wieder runterkommen? Ich bin unterwegs. Ich hab Untote beschworen. What the fuck? Das wurde eben wieder runtergekommen. Ich bin bei mir. Wo sind die Untote? Ich seh keine. Ich auch nicht. Ja. Aber guck mal, ich bin tot. Ich bin tot. Ach nee, das ist die Todesbeschwörung. Du hast den Tod beschworen. Klar. Hebe ich wieder? Ja, ich ähm... Ich bin nur jetzt gerade selber tot. Äh, naja. 15 Minuten sind rum. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir dann diese ganzen Zwergen hier besiegen. Ja. Ne? Bis denn. Tschüss. Tschüss. Tschüss.